der welt zeigt mir gegrüßt ich bin der held der steine in frankfurter main im herzen von europa in meinem wunderbaren kleinen lädchen an einem fantastischen tag und shoppen was ich mitgebracht habe die 10 33 von lotz bestehend aus 4.761 teilen das baumhaus ganz genau so ist es schaut es euch an sensationell haus baum alles dabei das ding kost 100 euro liste ich sag mal ist es der blubricks verkaufspreis innerhalb von deutschland 100 euro kriegt natürlich direkt aus asien noch günstiger mit schöner box gedruckte anleitung und allem drum und dran ja und wie ist das möglich fast 5.000 teile 100 euro diese teile sind im verhältnis 3 zu 4 kleiner als lego dementsprechend ist es auch nicht kompatibel zu legen ebenso wenig wie zu allen anderen klemmbaustein herstellern lotz bastelt kleine dinge und sie basteln ist großartig die teilequalität ist sehr sehr hoch wir haben tolle prinz dabei ist alles fein die farben kennt ihr auch ihr kennt auch die formen und so weiter aber ihr könnt nicht aus eurem teile vorrat etwas nehmen und es hier ersetzen das wird nicht funktionieren aus ihr habt schon sehr viel von lotz zu haben ihr braucht gar nicht mal so viel von denen zu hause zu haben dass ich schon sehr viele steine habt denn sie geben ein unmassen an ersatzteilen noch mit also man kann relativ zügig dann ordentliches lager aufbauen und der punkt ist der bauspaß ich habe solche gerade bei der u-bahnstation gezeigt ich habe euch ja vorher auch schon von den sieben zwergen das haus gezeigt und das habe ich aufgebaut verkauft endlich habe ich die anleitung dafür gekriegt weil ich hatte hier verkauft ohne anleitung habe ich nicht mehr gefunden ich habe sie mir nachbestellt jetzt ist sie darf viele grüße falls wir uns gerade sehen die kommt jetzt erledigt wo war ich gerade der bauspaß ist für mich sehr hoch er ist eigentlich identisch es ist sogar noch ein bisschen es ist natürlich vierteliger aber ich habe riesengroße hände und kriegs trotzdem hin weil die teile sehr gut sind in der anleitung hätte ich ein zwei verbesserungsideen vor allem bei diesen farben das ist mir nicht aufgefallen bei der u-bahnstation vor allem nicht in der zumal in der magnitude hier allerdings ist es mir aufgefallen da wir hier verschiedene braun und orange töne haben und nougat und so weiter das geht so alles ein bisschen ineinander über und in der anleitung ist es nicht immer sauber auseinandergehalten ich wäre da dafür dass es so läuft wie bei blue bricks mit kleinen kürzeln dass der db für dark brown steht zum beispiel rb reddish brown dass das alles so ein bisschen im medium nougat kleine unterscheidung ist doch kein problem gut wir gehen mal in ruhe durch ist ist modular aufgebaut wir können es auseinandernehmen ich bin mal gespannt welche reinfolge ich das mache denn ich habe es noch nicht auseinander genommen ich habe es bisher nur aufgebaut und jetzt müssen wir gucken wie wir das auseinanderkriegen bisschen gemeinsam das abenteuer oder kann doch nicht schade es wird wunderbar ich freue mich sehr und das schöne ist die gewisse handlichkeit ich habe es ein bisschen weiter nach vorne geschrieben für den imposanten start ins video aber das ist mächtig 5000 teile keine frage so mal kurz rüber zum erdmännchen gepackt zwischendurch gestärkt alles schmeckt besser aus der helden das und geht ich habe übrigens nachlieferung bekommen auch von den kleinen meinen classic tassen für zehn euro sind auch wieder dafür 15 euro die großen mit gravur alles im laden vorhanden wir haben jetzt anfang oktober das letzte mal mit mir geöffnet für dieses jahr 6 8 oktober ab dann jedes wochenende mit stefan laufen ihr wisst bescheid ich komme dann wieder im frühen ja sagen wir frühsommer zurück pass auf dass die box das ist die box es ist eine das bildes drauf es ist eine stabile ordentliche kiste erst eine richtige kiste und ich finde super cool die öffnet sich einfach so ja man nimmt so den deckel ab und natürlich nicht zu vergessen die abenteuer rückseite ganz im gegenteil wie bei der 21 3 18 aus dem haus lego gibt es noch mal alle blätter alles grün zeug in orange noch mal dazu und auch noch bisschen grün als extra ist auch dabei und wie gesagt noch mal alles komplett keine ahnung 200 blätter dabei dazu kommt ihr noch dass sie als ersatzteil das sieht jetzt gar nicht mal so viel aus weil es hat lotz ist aber wenn man das mal das ist natürlich auch die die gesamten karotten stengel dabei damit ihr die blätter befestigen können die sind überall die grünen stengel drin aber das sind viele viele lage und ich möchte das immer so auseinander damit das mal so ein bisschen seht keine ahnung sind 2 300 teile extra wieder drin das nehmen wir noch zwei lagen teile es sind unfassbar viele einzelteile die ihr da mitbekommt und ihr kennt in allen wenn allen farben formen fenster sind dann dabei auch größere elemente mal hier mal fette einmal 8 flies oder sowas hier so ein großes rädchen alles dabei ist es ist wunderbar also wenn ihr ein paar sets von lotz gekauft habt habt ihr einen ordentlichen ersatzteil ein ordentliches ersatzteil lager das kann man denn es sind minifiguren dabei die muss man aber echt komplett bauen also hände in arme stecken arme in körper stecken und dann so ein gelenk dazu dann die beine dazu frise drauf gesicht nicht vergessen ich finde was ist denn den aufwand nicht wert für eine figur aber ich bin auch nicht so der figuren mensch aber die figuren sind dabei ist jetzt natürlich hier auf der anleitung da spielen so und so superfiguren alle dabei alles ist eine alle sehr glücklich schönes matte schwarz die anleitung sehr schön innen drin weiß die alten bauschritte sind farblos dargestellt das hilft im ersten moment gar nicht in der orientierung ihr wisst ich mag es wesentlich mehr wenn 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 es nur verblasst dargestellt wird tatsächlich habe ich ein thema das wollte ich auch gleich noch sagen mit dunkelblaus kann ich es sind schöne prinz dabei aber leider hier ist das dach von diesem häuschen wer da erkennt aus welchen steinen das genau gebaut ist der kann es behalten echt war das ist es ist wirklich also ich weiß nicht genau welches lichtverhältnis man braucht dass man dass man da wirklich die teile genau sieht und ich habe hier volle strahler und dann ist man da und dann guckt man und die bauschritte sind bei lotz ja auch nicht ein teil wie bei lego sondern das sind ja 20 teile auf einen schlag das heißt ihr seht die 20 teile und ihr seht das fertige objekt und dann überlegt ihr so ein bisschen so ein bisschen wie lego adventskalender bauen und ich mag das sehr das problem ist nur ich möchte exakt sehen welche teile verbaut sind und das ist aus manchen also aus manchen sachen kaum rauszulesen dunkelbraun und dunkelblau ist ganz elend und das macht nicht wahnsinnig viel spaß also an der stelle wäre ich sehr dafür wenn sie die umrisse der einzelnen teile und noppen noch mal kurz so weiß andeuten würden machen auch andere hersteller oder sie zeigen dann die vorherigen bauschritte verblasst noch mal damit man die farben zuordnen kann und genau weiß was wohin sollte fände ich ein bisschen einfacher es sind zwei drei stellen also tatsächlich aber stellen im sinn von seiten bei 140 seiten sind es vielleicht zwei drei seiten wo ich wirklich mal da saß mir überlegt ja freunde was wollt ihr jetzt von mir und zwei drei schritte später bin ich dann drauf gekommen und dann stürzt aber du hast mir viel rumgerannt jetzt kommen wir aber zu dem set und darum geht es eigentlich tatsächlich wir messen es mal aus dann werdet ihr sehen wie wunderbar kompakt die das set doch ist und das ist ja ein riesiges verkaufs alleinstellungsmerkmal also mit bisschen grünzeug 35 cm aber so sind wir bei 33 ein riesiges alleinstellungsmerkmal weil mich doch sehr viele fragen sagen hier wir machen das andere kunden von hier eigentlich die kaufen die ganze zeit diese riesigen dinge und was macht man mit den riesen ding macht viel spaß aber wo verstauen das ist die lösung das sind auch mit grünzeug 40 cm aber ich meine jetzt mal ganz ehrlich dass das haus selbst hat ungefähr so 14 cm die bodenplatte 23 cm und dann kommen die äste dazu höhe 28 ich finde erstmal das teil sieht ratten scharf aus oder ich meine schaut mal was hier alles los ist was man hier für abenteuer leben kann passt natürlich farblich 21 310 angeladen schon angesprochen 21 318 das baumhaus von lego es gibt ja vom mold king noch das große baumhaus möchte ich auch noch mal reinschauen das hätte ihr schon lange am markt ich hatte es auch jetzt schon einige zeit aber ich habe ich schon habe ich mir überlegt oder angesprochen wie gesagt ein bauschritt 1500 teile ja weißt du bescheid ist in drei bauschritte in dem set drin 4500 irgendwas teil 4700 irgendwas teile viele teile und dementsprechend braucht man platz man braucht ruhe und geduld meine u-bahnstation hatte 1700 teile ich das hatte auch einen bauschritt als ich hier man weiß was auf einen zukommt es macht dennoch riesen spaß wenn man damit klarkommt dass sehr viele teile auf einschlag auf dem tisch liegen in solchen und jetzt gucken wir mal man erkennt aber die teile natürlich sehr gut nicht so wie bei nano also nano box machen macht mir gar keinen spaß mit die blocks bauen ist für mich ein traum weil ich hätte ich die form genau erkenne auf dem tisch ob die klein oder größte sind es mir egal ich sehe genau das ist ein auf dem kopf liegende jumper plate zum beispiel weil ich weiß wie die aussieht die form ist identisch nur klein geschrumpft passt für mich so jetzt gucken wir mal man kann sich auch ganz gut tragen das funktioniert auch dass das ist ein stabiles set ich würde aber jetzt mal gucken dass wir doch teile mal irgendwie wegnehmen und sie uns separat anschauen oder weil ich meine den gesamteindruck haben jetzt schon mal bekommen und jetzt wäre die sache man kann den baum auseinandernehmen ein stück und ich glaube damit würde ich starten damit das geäumel da an der ecke weg ist und dann können wir den rest auch mal ein bisschen und zum detail anschauen und tatsächlich ist das hier der obere teil der auf einer der hier auf einer kleinen auf einem kleinen turntable top steht und das hier sind immer ihr seht hier immer die die hinges die eingebaut sind mal ist ein ball joint dabei da könnt ihr mal gucken dass das ist das ist wirklich nett gebaut ihr könnt es natürlich einstellen ich habe es jetzt ein bisschen nach oben aufblühen lassen ihr könnt natürlich alles ein bisschen runter hängen vielleicht im herbst und so ein bisschen das könnt ihr einstellen wie ihr wollt ihr könnt ihr diese gelenke hier könnt ihr ja frei bewegen und dann macht ihr das was ihr wollt es gibt eigentlich praktisch kein erst der nur ein gelenk hat vor allem noch mal eine unterteilung und damit könnt ihr wirklich machen was man sieht auch üppig aus oder ich finde es eine gewisse grundüppigkeit die mir durchaus zusagt ja so ist es so packen wir noch mal darüber ist auch soweit alles stabil weil ihr diese verbindungen hier die sind biegsam zwischen den einzelnen blättern und dadurch könnt ihr natürlich viel einstellen ja das ist kein das ist kein problem so dann haben wir hier den nächsten baumblock der ist mit einer vier mal vier plate festgemacht nicht so einfach wie das eben ich gucke aber trotzdem mal ob ich das mal hier so ein bisschen raushebeln kann kann ich perfekt so die vier mal vier platte sind wir auch los hier ist natürlich noch mal in der mitte ein bisschen mehr platz frei weil natürlich dass von oben drauf noch sitzen soll und dann außen ist aber natürlich der kranz genau das gleiche es ist so ein bisschen das konzept wenn ihr einen künstlichen weihnachtsbaum bastelt ja und natürlich sind die großen ausladenden äste und die haben ihnen nicht so viele verzweigungen da kommt ja noch zeug dann drauf hier ist genau das gleiche ich bauch bald mein baum live auf twitch wird es sein ja richtig ein großes ein groß fest hier war auch so netten print für so einen holzstumpf und da habt ihr das auch hier könnt ihr es wieder einstellen mit dem ball joins hier habt ihr natürlich noch mehr möglichkeiten dinge zu machen so soll nichts abgehen es liegt wissen auf den blättern das tut mir immer leid aber so muss es sein so und dann kommen wir schon mal hier ja es ist doch schon mal wesentlich aufgeräumte wir müssen doch schon mal runter gearbeitet hier haben wir eine dachkonstruktion die ich ok finde ja das war das eben jetzt aus dem aus der anleitung und da seht ihr halt ja das sind teilweise fließen teilweise teilen modified und teilweise sind einfach plates und das in dem dunklen blau mit bisschen als ihr als farbklecks dazu das ist okay ist auf ball joints gelagert das heißt ihr könnt die die seiten euch einstellen wir das wie pilzig das für euch werden soll das liegt natürlich dann ganz an euch jetzt haben wir hier diese brücke diese brücke könnte ich auch noch oder komm ich nehme so ein bisschen mehr auseinander sekunde weil die brücke finde ich es jetzt kein 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 turbo design highlight und dann nehme ich immer weg weil dann sind wir hier noch ein bisschen freier in dem was wir uns angucken wollen und die hängt eigentlich komplett an einem stück sekunde alles kaputt gemacht ja der plan war der plan war dass du abgehst du sie sind zwei stücken abgang ein ball joint hat sich verabschiedet aber da müssen wir mit klarkommen so eine kleine ist einfach so eine zusammengebaute treppe ja mit oben so ein ding und ich habe ein ball joint durchgehauen der ist der ist weg ein bisschen deko und wir sind in der nächsten ecke die ach so da wollte ich noch was sagen habe ich da angefangen die klemmkraft der steine ist sehr gut aber ein thema gibt es und das ist belastend das habe ich eben auch wieder gemerkt die fließen haben muss mein deko element das will ich noch dran machen die fließen haben keinen ruf und jetzt sagt ihr dass der musik schmack der fließen ist mir egal es geht um eine kleine kante das ist ein lego element jetzt wieder ich packe euch das mal ich habe hier noch ein paar himmel und ich finde die passen sehr gut zusammen und wenn ich hier drunter schaut fokus seht ihr gegebenenfalls sobald der fokus kommt der aber steinheit auf mir bleibt dass sie und eine kleine kante ist da drunter hier auch hier nicht die plate hat kein grub fließarten grub und die auch diese grubb ermöglicht das mit mit dem fingernagel drunter kommt oder mit dem wertvollen teile trenner der hier auch dabei ist ja wertvolle teile trenne im lotz maßstab dass man da drunter kommt an der stelle die ich eben abgehebelt habe von der lustigen treppe von dieser brücke da kam ich auch nicht drunter und dann gibt es halt ein bisschen mehr katastrophe wenn man da ein bisschen mehr hebelt aber alles nix nix wofür wir uns fürchten passen so jetzt schaut noch mal rein wahrscheinlich habe ich hier eine plate in der falschen farbe verwendet ich denke ich sollte auf dark ten gehen ich glaube ich habe vorher die dark ten irgendwo verbaut wo eigentlich nougat hin sollte ich bin mir nicht 100 prozent sicher wahrscheinlich alles getan also wir haben wir drüben das schon mal so ein bisschen frei gemacht das kann ich euch dann gleich kann ich euch dann gleich schon mal im detail zeigt und dazu haben wir dann hier noch das häuschen das häuschen hat ein nettes dach das heben noch mal raus und das häuschen hat noch einen ersten stock und jetzt moment haben wir das eigentlich geplant rechtes abnehmer ich weiß dass ich abnehmen kann aber ich weiß nicht wirklich ob ich soll das ist das ist ein punkt für mich doch 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 die sagen dass das abgeht sie sagen eigentlich sogar dass der baum gar nicht hier sieht ist der baum unten soll gar nicht abgehen ich habe es jetzt also der untere teil ich habe es trotzdem gemacht und hier das dach zeigen sie nichts das kann man aber abnehmen aber dafür sagen sie dass das gesamte stockwerk abzunehmen ist das gesamte stockwerk finde ich sportlich weil ich weiß dass es auf einer langen reihe von plates sitzt aber ich möchte euch das set zeigen das so schön war als es zusammengebaut waren wir glaube ich alle gesehen und jetzt riskieren was oder immer dafür sitzen wir doch hier gute güte es sind ja klemmbausteine mal was schief geht braucht man es halt einfach wieder neu aber für das video jetzt wird es schon lang denn ich glaube nicht dass es mir komplett auseinanderfallen wird und das heißt ich kann es euch auf jeden fall zeigen wenn details kaputt gehen vor allem in der unteren schicht dann baue ich seit noch mal das kriegen wir schon so aber tatsächlich diese ecke löst sich gut die ecke löst sich auch gut nur die hier vorne nicht doch lustig auch aber jetzt habe ich auch ein bisschen hier abgerupft ich habe es abgerupft ach das ist zweiteilig ich bin ein gut ich kenne mich aus mit meinem set auf jeden fall dass ich euch zeige von daher kann ich gar nicht schief gehen so wir haben es tatsächlich komplett auseinandergekriegt also guck mal so viele details so dass hier zum beispiel auch das ganze haus sitzt nur hier drin auf diesen langen bricks das ist das haus und das finde ich praktisch so kann ich euch das nämlich separat zeigen dann äumelt hier auch jetzt nix mehr rum und dann kümmern wir uns da also wir haben das jetzt echt böse auseinander genommen jetzt starten wir ich schon eine viertel stunde video wahrscheinlich oder was soll's so das ist das konstrukt dieses kleinen häuschen natürlich mit ordentlich fernrohr und so müssen ja alle gucken können es gibt auch eine tür natürlich diese tür selbstverständlich ist zum öffnen dass auch eine tür die mit einem gescheiten widerstand öffnet also die bleibt genau dort stehen wo man möchte die einmal nicht in der gegend herum und das sind die details im innenraum komplett gefließt da sind zwei nette betten ich zeige es euch auch mal so oben die das grüne buch das fällt raus das ist nur reingesteckt da aber guckt euch mal dass ich schaut euch mal was die da an klein gewurschtel in alle ecken packen ich finde es super mir macht es viel spaß und noch ein kleiner schrank natürlich noch mal ein schrank in ausguck juhu und da passt es und auch die konstruktion hier unten drunter die plates sind hier in nicht in den also in die großen negativen noppen gesetzt nicht in die zwischenräume wie sonst aber dadurch schafft man dass das hier dieses geländer absolut bündig abschließt mit den plates und das ist sehr schön gemacht das passt und es ist wie gesagt also top stabil ihr braucht euch um die klemmkraft und so was überhaupt keine gang zu machen ist es ist kein problem einfach einfach kein problem die kette ist auch in flat silver das ist nicht einfach nur leiblich grace das flat silver gefällt mir und unten ist auch ein kleiner print aber ich glaube wie gesagt die plate habe ich da habe ich die falsche genommen gehe ich mal so der rest ist glaube ich gut jetzt kann ich euch dieses wasserrad einmal zeigen lasst uns mal über ein wasserrad reden ich meine wasserrad da kommt das wasser dann habe ich hier ein haus und dann setze ich an das haus das rad und die schaufeln dieses rades werden durch das wasser das kommt weggeschoben und dadurch in eine umdrehung gebracht aber wir merken gerade dass das rad längs am haus an der seite ist an dem das wasser vorbei führt damit das funktioniert die freund weil lotz haben vielleicht so ein wasserrad noch nicht genau untersucht oder sie haben ein anderes und ich verstehe es nicht denn das wasserrad ist quer zur fließrichtung angebracht jetzt frage ich mich ist das ein spannendes neues konzept was ich einfach nur noch nie gesehen habe und ich habe mir nie gedanken drüber gemacht dass das rad dass das wasser quer drauf trifft und dann die schaufel da irgendwie so schräg sind und dann trotzdem eine drehbewegung startet ich kann mir das nicht erklären warum fließt das wasser nicht in die an egal also ich wollte nur mit euch darüber geredet haben ich freue mich über eure kommentare davon das sind alles prinz ja ich habe keine aufkleber angebracht alles was ihr seht sind prinz für diese nette kleine war an das alles ein bisschen absichtlich schieben angebracht ich war nicht leicht angetrunken auch hier die design ideen das sind immer mal wenn es parallel ist uns zwei noppen wenn es schief steht das ist eine noppe ist auch eine anleitung so angegeben ihr habt super bedruckte pilze da unten ich habe hier noch einen kleinen imbiss mit croissant und alles dabei ihr habt dann hier diesen netten baumstumpf auf der anderen seite ein bisschen holz gelagert das ist ein kleines stoffteil hier das ist nicht plastik das ist angenehm weicher stoff daneben habt ihr zwei nette hühner mit einem ei da ist noch mal der nette print fürs holz und ein print für stein wir haben ein bisschen struktur im haus dass sie das seht das sind ziegelsteine ich glaube es ist zu hell wenn ich euch so hinhalte wenig schräg halte seht ihr ja dass da eine struktur tatsächlich gewollt ist und darum sind wir dann wieder vorne ich jetzt noch eine kleine pumpe an der seite flat silver technik konnektor ein ehrenteil und im blick von unten große platten stabile platten wir haben kein gewobbel wenn man das ding baut es ist alles wirklich gescheit so und dann haben wir natürlich jetzt fragt euch was im innenraum ja will ich euch nicht voranhalten gibt es natürlich einen innenraum vollständig gefließt voll eingerichtet da ist eine der hier dahinten dunst abzugshaube ist dabei da hinten ist zubehör und das sind auch noch schränkchen die schränkchen kann man aufklappen selbstverständlich sind immer kleine türen davor da unten die kann man auch aufklappen schränkchen am start da geht dann die treppe hoch also ich würde sagen an detailgrad da ist das was los ja da ist wirklich was los jede ecke ist ausgefüllt jede da passiert gar nichts ist noch irgendwo noch angelrouten muss haben die die reise überstanden ich dachte ich hätte zwei angelrouten gebaut möglicherweise sind sie weg vielleicht sehe ich es aber auch irgendwo oder ich habe sie schon euch gezeigt und ich sehe sie jetzt noch nicht egal also es sind auf jeden fall details dabei ganz viele kleine details in ganz vielen ecken das gefällt mir und mir gefällt auch so was dass ich hier oben so ein bisschen muster reinbringen das so ein bisschen gebastelt aussieht und nicht alles so 100 prozent ach so und das rad dreht sich natürlich auch alles klar das dreht sich auch sehr gut mit einem schwarzen stopper die waren bei lego mal eine ganze zeit lang ziemlich selten die ist immer noch selten aber das getränk hilft natürlich glorreich so und dann ist jetzt einfach schon mal wieder drauf ich brauche vielleicht einfach schon wieder drauf sitzt gut sitzt stabil ist nur ein paar sachen festgemacht also ihr merkt klemmkraft macht euch wirklich keine sorgen und natürlich ist das sagst du mal zwischendurch eine vorlieben frage wenn man ein thema hat mit kleinen teilen dann ist das natürlich nichts und ihr wisst ja ich bin ja eigentlich der der bei den kriegsschiffen den deck aufbau nicht basteln möchte diese kleinen bars und so zusammenstecken das macht mir keinen spaß aber ich das sind ja richtige noppen es funktioniert wirklich gut also habt nicht zu viel angst und es gibt von lots sets für zehn euro probiert es mal aus zehn zwölf euro nehmt einfach mit guck mal ob es was für euch ist so dann haben wir hier vorn ich muss mal gucken in welcher reinfolge ich das gleich wieder hinsetzen ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher hier sind wir auch noch mal die prinz für die für die holz 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 dealen und da ist eine kleine katze katze mauns die sitzt darunter und das sind große bedruckte große plates wirklich gut schön stabil keine probleme und wir haben den ersten stock ich suche noch diese angelladen irgendwie verblüfft durch die im kopf aber wenn ich finde so dann wachsen ein paar äpfel das sehr schön jetzt kommt hier diese idee vom vom dass das stockwerk was an den angelladen erinnert natürlich einfach nur durch die sandgrünen fließen das langt schon und da ist natürlich ein paar fische dabei und hier ist ein steuerrädchen angebracht auch hier sandgrün geht es hoch schornstein oben ein bisschen eiscreme rauch so muss das alles sein und fensterläden lassen sich natürlich alle öffnen türen lassen sich alle öffnen das passt und wir haben dann auch das innenleben gardinen natürlich überall dran alles gefließt kläppchen gehen auf die ganzen schränke gehen auf kleinigkeiten sind am start wie ihr das eigentlich haben wollt wenn ihr so ein kleines häuschen einrichtet schönes bett gemacht natürlich da schminkspiegel vielleicht dann möglicherweise auch sind auch aufkleber drauf ich weiß ja aufkleber übergehe ich ja so hart dass ich nicht wirklich weiß was damit passiert und da seht ihr auch den treppenaufgang und mit dem sollen wir das natürlich dann hier so drauf setzen dass es auch sauber passt habe ich das jetzt richtig gemacht möglicherweise plus minus man weiß es nicht ich möchte mal gucken jetzt frage ich mich das hier hätte ich da vorher drunter setzen müssen ich glaube das hätte ich vorher setzen müssen damit vielleicht noch mal die anleitung befragen aber das kriege ich auch noch hin dann haben wir das dach da oben ist nichts los dass das nicht nicht eingerichtet da ist auch keine treppe die hoch geht das einfach nur der schornstein durchgeführt und wir haben ein nettes dach gebaut mit auch wieder netten bedruckten fliesen ein paar details die das alles nett machen für uns und dann kommt das und dann kommt das dach drauf zeug baum drauf gepflanzt und wir sind schon wieder komplett ich finde eigentlich das hätte ich aber wie gesagt andersrum machen müssen das mit dem bäumchen klappt tatsächlich sehr gut auch hier ist wieder natürlich von großem vorteil dass die dass die teilequalität zu hoch ist dass die passgenauigkeit gut ist klemmkraft ist gut setzt man einfach drauf und das ist schön und genau so kommt der jetzt hinterher den kann man ja so einen leichten winkel draufsetzen weil es ja eine turntable ist den kann mir 45 grad einstellen und dann greift die plate die unten ist zwischen den noppen der ebene unten drunter und dann kann man es nicht mal frei drehen sondern so ein bisschen verhakt wenn man irgendeine spezielle position da bevorzugt so deckel noch da drauf veranda angebracht und wir sind wieder komplett das funktioniert also ganz gut mit dem auseinandernehmen und auch wieder zusammenstecken wenn man die richtige reihenfolge beachtet was sagt ihr bist du der knüller oder ich überlege jetzt mal ob ich aus meinen vorräten vielleicht nicht das gleich aber ein anderes set von lotz mal aus legostein baue und wir das mal nebeneinander setzen es werden keine legostein sein das werden wahrscheinlich blue bricks und molding vielleicht auch legostein irgendwas aus meinem lager und werde das mal glaube ich nebeneinander stellen um euch mal den unterschied zu zeigen nämlich vielleicht mal so 1000 teile set oder so damit das mal eindeutig wird weil so ein set ist von lego gleich in alle richtungen drei zu viel größer und das ist natürlich echt belastend und so ist das ein handliches denn passt hier gut ins regal ich glaube auch dass das möglicherweise mal hier hinten so was hier wie die die mittelalterliche schmiede mal ablöst und wenn ihr das hier gebaut ich habe jetzt wieder 4700 teile davon gebaut wenn ihr jetzt wieder zu normalem lego zu dieser größe zurückgeht dann kommt euch das vor als würde ihr dublo spielen das ist alles so grobschlächtig und so und hier ist so nett und ich mag das ich mag diesen moment den mag ich tatsächlich jetzt freue ich mich schon aufs nächste set was ich baue um diese ersten zehn minuten eingewöhnung wieder zu haben und dann gucke ich mal was ich von lotz mal als nächstes hole für so einen netten vergleich ich glaube da können wir viel spaß dran haben aber für freunde wie gesagt der der sehr beliebten baumhaus und und angeladen reihe ist das finde ich eine großartige ergänzung so ist es ich hoffe es hat euch spaß gemacht habt eine großartige zeit und nette leute um euch bis bald